hallo und guten tag hat er gesagt ja der rückweg der lange lange rückweg ich nehme euch natürlich mit weil ich würde es einfach nicht alleine machen und wer weiß was hier immer dennoch so passiert weil wir haben hier jetzt noch die mistmade aber der kann gar nicht so weit weg denkt man zumindest hier beides er kommt ja mehr blut aus der nase als alt andere oh man ich muss aufpassen war ja nicht noch ein bär hier war noch ein bär den wir nicht einfach so irgendwie da sollte ich echt mal so ein bisschen nachgucken dass ich mit dem arsch an der rand komme ich da ich hier und direkt vor mir so ein riesen brocken und ich sehe den nicht das ist natürlich dein ding war heftig 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 ja so wir wollen weitermachen hier schimmert es ja auch noch gott was ich alles gesehen habe ich hoffe hier ist nicht naja ich sag mal so alles was wir auf dem rückweg hier zu finden ist natürlich gut dann nehmen wir natürlich mit und wir haben es denn denke ich mal sinnvoll verarbeiten ist da jetzt wieder raus und großer stein jetzt sicher auch so ein ne normaler stein heftig guck doch mal ne können wir hier wieder einen übelsten ausblick machen ja ja wahrscheinlich genau fliegt dahin wo ich nicht schießen könnte was dahinten der grafik fehler oder so ein schatten sein ich weiß noch nicht also da ist auf jeden fall ist da die stadt und da ist dann auch noch so richtig mit land und sowas ne okay heftig 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 wie komme ich jetzt hier runter verdammt tags wenn wir jetzt auch noch der andere bär über den weg läuft dann dann ist richtig mies denn hätte ich ja wenig bock irgendwie ist auch nicht so cool oh was war das da schon wieder dieser ranzige fuchs fuchs fuchsus mania wo ist er der der immer weg rennt war das hier mit diesen schritten die so komisch waren was denn der fuchs ist das ein fuchs da versucht er sich zu verstecken ich glaube der kann es auch ich glaube da oben ist er ziemlich safe und ich muss gucken da ich nicht hier in den bär noch rein latsche obwohl ich ja weiß wie man es abhängen kann also da beziehungsweise wie bei oh schock meines lebens aber ich will auch ein schwein haben dieses schwein das schlachten wir ich will das haben ich will das einfach haben komm schon ja da wartet noch ein ganzes eine fette sau auf uns komm her jetzt da okay irgendwann haut ab okay so wie der dreh wahrscheinlich wir haben keine feier mehr verdammte axt da war so ein rabe oder sowas ne so ein richtig heftiger rabe ja ich will alles fuck ey das ist nicht gut nicht gut da war ein rabe ich wollte wir können nicht alles mitnehmen ich glaube die steine die lasse ich draußen kleiner stein klein stein und take not it dankeschön jetzt müssen wir überlegen was brauchen wir denn gar nicht ich glaube die taubenfeder brauchen wir noch ich will alles die braunen pilze kann ich die nicht ja ich müsste was herstellen ich würde fleisch haben das fleisch brauchen wir auf jeden fall das geht gar nicht was das hier kalkstein ne felsbrocken felsbrocken brauchen wir auch nicht ja wahrscheinlich hatten wir den im inventar ja völliger übertreiber muss sein das kann so sein natürlich das wird erstmal jetzt hier ah da ist unsere weiß erstmal riesen stein klein stein eingeladen heftig 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 wir gucken gleich mal was wir ja ich habe es einfach probiert ne ich wollte ihn töten ich wollte ihn töten geröstetes schweinefleisch oh ne ich möchte das auch noch haben was wie können wir das upgraden hier was brauchen wir denn dafür zu viel einfach zu viel ast nägel und klebe boah denn sowas wie klebeband noch heftig 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 ok wir müssten eigentlich einladen wir haben aber alles voll was können wir hier das kommt Sascha überlegt ja zioni überlegt mal oh jetzt habe ich meinen namen gesagt ne zum ersten mal in meinem leben habe ich eine aufnahme meinen namen gesagt naja ist jetzt auch nicht so schlimm ähm ich bin es ihm gewohnt dass ich hier zioni bin so ich will überlegen ich habe einen platz frei so wir können hier upgraden dazu brauchen wir was neues und zwar erstmal Nägel so Nägel haben wir hier da können wir erstmal drei stück herstellen gut so dann haben wir nämlich Nägel weg richtig richtig so dann brauchen wir Plastik wie stellen wir Plastik her hier haben wir Gummi hier können wir Plastik herstellen zwei haben wir gebraucht fertig aus Ende so Plastik haben wir Klebeband war Klebeband hier auch noch Klebeband war hier auch noch aber ich habe mir nicht gemerkt wie viel weil da brauchen wir Gummiringen Gummiringen hatte ich hier drinne Gummiringen können wir hier machen irgendwie ne können wir nicht weil ich bin fett aber wir können hier das weg lagern auch haben wir viel ne heftig ne guck mal wie viel wir jetzt davon haben so wir können aber den auf ne 20 ist Fully 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 das ist nicht so ah so hier können wir doch so wie viel haben wir jetzt gebraucht dafür weil es lohnt sich ja nicht wenn wir das so machen und Klebeband zwei Stück und wir zu wenig herstellen Klebeband zwei Stück zwei ach so das ist das Problem wir können nichts müsste ich ja hier jetzt irgendwas rein machen zum Beispiel Fuchspelz wir können doch richtig Klamotten denn herstellen nein erstmal Klebeband zwei Stück zwei Stück hergestellt was brauchen wir denn noch ich drücke immer die falsche Taste ich könnte ausrasten fünfmal Seil haben wir nicht Seil hier ach hier haben wir ja auch noch Platz guck einer guck guck weg so zack zack aber Seil haben wir hier jetzt ne doch hier fünfmal Seil ah jetzt sind wir mit Seil ja auch schon fertig so brauchen wir Eisenplatte und Eisenbahn Eisenbahn viermal Eisenplatte zweimal Eisenplatte und Eisenbahren Barren haben wir zwei und Eisenplatte aber ich guck mal erst ob wir das schmelzen können irgendwie weil wir haben ja hier so einen übelsten Ofen Eisenbahn hier ha da brauchen wir Eisenerz ein Erz können wir hier raus nehmen ähm nö hier Eisen Erz hatten wir ja eigentlich genug davon und da können wir schon mal ein Gummiring weg machen Wolfs Pelz haben wir ja auch doppelt was haben wir noch alles doppelt so den Speer behalten wir ne Stange die hauen wir auch erstmal weg ein Ast behalten wir ne Ranke behalten wir auch Kaninchen noch ein obwohl hier ne Stange achso die ja ich ja oh Gott ey merkt er merkt er man ist irgendwie so ein bisschen äh reich Tierfett nicht irgendwo schon Tierfett hier ne Knochen gar nicht ne aber hier die Derma äh Derma die Derma auch nicht schlecht Fleisch großes Fleisch wenn wir nicht nochmal da Fleisch Fleisch auf Fleisch ein Stück Gummi hatten wir doch hier drüben gehabt schon mal ein bisschen aufräumen äh da siehste ein Stück Gummi kann man da rein machen super so dann können wir nämlich jetzt hier Eisenbahnen herstellen und Eisenplatte brauchen wir Eisenbahnen also müssen wir 6 Stück herstellen dann machen wir mal 8 gleich und dann können wir hier 4 herstellen und dann sind wir fertig eigentlich ne jetzt können wir hier upgraden und schön ist ok doch nicht mehr 2 Eisenplatten fehlen uns noch und wir haben jetzt 12 Eisenbahnen Eisenplatten und Äste brauchen wir denn noch ok aber Äste ist ja jetzt nicht so Eisenplatten noch 2 achso ja die hatte ich ja gar nicht hergestellt und Äste kriegen wir hier Äste Blätter Blätter haste ohne Ranke manchmal denke ich dass die einfach viel zu viel haben ok ja wir hauen so ein bisschen in den Boden rein ok naja dann machen wir ja alles hier noch rechts hier auch noch scheint ja irgendwie nachzuwachsen und nur noch 9 Stunden bis dann wieder die Welle kommt ich nenne es einfach nur noch die Welle die Nacht des Horrors und jetzt können wir upgraden geil krass 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 ah wir können es immer noch nicht machen achso das müssen wir ah researchen müssen wir das aber hier können wir das zweite machen oh da können wir ein Baguette machen ein Schinken aber dann sollten wir erstmal researchen dann nehmen wir erstmal unsere 97 Dinger haben wir hier noch was? nö und dann könnten wir denk ich mal Animal Hunter Jagd auf Tiere zusätzlicher Schaden an Tiere ja das machen wir erstmal und dann Gourmet ok ich weiß jetzt nicht ob das schlau war aber ich hab's einfach gemacht aber wir können wir hatten wir nicht noch mehr Zettel? echt so wenig Zettel nur? das war auch nicht sehr gut ne? da sollten wir denn wirklich mal gucken dass wir denn äh ja bessere Zettel machen ich würde gerne noch eine Kiste herstellen das Thema der Kiste ja wir sollten überall eigentlich eine Kiste hinstellen Lagerkiste da brauchen wir wieder Plastik, Nägel und Holzbrett können wir noch Plastik herstellen? Plaste ah nur noch eins was haben wir was brauchen wir für Plaste? da brauchen wir Plastik Stück und wie machen wir Plastik Stück? wie stellen wir ein Plastik Stück her? ja das heißt so working by doing ne? also da müssen wir echt gucken auch nicht ne? auch nicht ne? Plastik Stück gleich hier vorne? achso ne das war nur das hier hm wie können wir denn Plastik Stück herstellen? ich würde mich doch verarschen hier müssen wir noch Plastik Stück herstellen können Zahnrad, Fallmaschine Dünger, Sicherung Lautsprecher wow wartet all die Plastik Stück echt noch finden? das verstehe ich nicht wir müssen doch wir müssen doch äh Plastik Stück herstellen können oder müssen wir das researchen wie können wir denn Plastik Stück hin machen? Zombie Hunter, Marina Boxer Box 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 ist ein Überholzverarbeitung Demolition ne Mist Dünger natürliches Pestizid was wir alles machen ich glaube wir müssen loslatschen ne? ich mach dann erstmal das alles wieder weg was man hier so einlagern kann viel können wir ja nicht einlagern zum Beispiel wie das Eisen das ist ja Erze Wildschwein ja dann sind wir ja eigentlich auch schon wieder upe Kaninchenfell boah wir brauchen Kisten, Kisten, Kisten und Plastikstücke ich würde sagen wir gehen dann mal die Richtung weil irgendwie fehlt uns echt ne Alternative ja das ist die richtige Gegend wo wir alles hin können und ob hier wieder die Zombies alle sind würde mich auch interessieren aber hier unten war ja eigentlich nichts mehr normalerweise können wir eigentlich noch Pfeile wieder herstellen? nö war da fehlen uns Äste und Eisen aber dann sollten wir erstmal gucken dass wir Eisen finden bevor wir denn uns mit anderen machen ah wir haben wir unsere Nagelkeule bei da ist das jetzt nicht ganz so schlimm das können wir schon äh gut so herrichten die ein zwei Zombies wir brauchen nur den richtigen Felsbrocken mal hier und schon äh schnippeln wir hier alles nieder boah ich kann mich kaum noch hier erinnern ah hier ist der Friedhof und warum bin ich das letzte Mal so beschissen gegangen? achso ich bin da runter gegangen und dann irgendwie achso ich bin beglaubt ey ist doch einfach ein einfacher Weg einfach einfach okay wir nehmen mal unser unser Dingsbums moin es macht gar keinen Sinn die einzelnen irgendwie glaube ich raus zu hauen siehst du mich? sieht mich überhaupt jemand hier? hallo ja kommst du? oh ne ich glaube so gehe ich hier nicht rein ach da draußen ist einer ja da bist du ja moin naja du ich ok dann mach ich zweimal dreimal viermal tschüssikowski hm ich hab mir mehr von der alten da irgendwie versprochen kommt der jetzt noch? ach ne das war bestimmt hier ne oh das sieht aus wie Eisen aua das sieht ja ja und dann können wir ja auch wieder feilchen machen ich würde gerne da irgendwie einzeln raus lotsen ohne dass alles leicht kommt das wäre irgendwie viel cooler das würde mir auch mehr spaß machen ich sehe ja jetzt erst dass die ne adidas Hose an hat ne sieht zumindest so aus seht ihr diese? mit den streifen da so ne art ja leggings könnte man vielleicht auch sagen aber irgendwie komisch ne? die kleine so wie viel feiler können wir denn herstellen ich brauche immer noch was soll jetzt nass kriegen blätter kriegt nur blätter ist zwei erste ranke blätter hier niederholzen muss leckchen apfel ohne birne das ist ja mal richtig lecker die bolzen nicht feiler wollten wir alle so jetzt könnte man die eigentlich vorhaben rauslockung thema angehen die wirklich einzeln irgendwie versuchen rauszuholen kommen wir machen mal diese folge noch so ein exempel also wirklich so ein probedings haben wir mal in dem schuss also auf jeden fall so kommt du mal macht er kommt ja gar nicht raus dann komm du mal ok da kommt gleich mehrere ausjunk hier ok einer schon mal weg alter was denn das für ein vieh ja gegen den habe ich jetzt nicht gewettet folgt mir mal aber auch schnell muss sind zum pendel haben ich habe da ein häuschen was schönes für dich da sind meine häuschen ja jetzt weiter wenn der nicht viel bei hat denn weiß ich auch nicht mehr er hat schon so viele feile drin immer sieht aus ob hat er übel zur beharrung alter was ist denn mit ihm was hat er denn ja ich habe nur noch ein pfeil ich weiß auch nicht was er hat ich hoffe hier die pendel kann das ordentlich regeln ich kann dir denn so viel aushalten he he playen er kommt er Extra er hat unbedingt auf meine Gauser nicht cursed er ist er komm her, bist du doof oder was, um meine kiste kaputt zu machen allda oh allda ich weiß nicht was er hat ich zeige aber noch meinen letzten ding verschossen ich kann ja auch gar nicht mehr herstellen der ist doch doof alter komm jetzt her endlich hat ja viel eingesteckt oder was schießpulver stoff fetzen platz tick aber nur zehn da dafür dass er so der war ja so ätzend alter schwede heftiger typ richtig heftiger typ koffer sind nicht so viele aber das ist heftig echt die alle aufheben in der wenigsten kriegen paar feite wieder war super ja dann würde ich sagen ich muss erst mal jetzt hier wieder runter kommen das ist ein bisschen mehr schau ja 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 ja